Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange. Wir fangen mit Episode 4 heute an. Los geht's. Lass uns über deine Superpowerien sprechen. Was machst du hier, Max? Stop! Don't come near me! Not jetzt. Es wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass das nicht so schön für uns. Frau Caulfield, bitte, erzähl uns alles. Hey, es Delma und Louise. Das ist Rachel's Bracelet. Warum hast du die Bracelet? Calm dich, okay? Es war ein Geist. Max, wir müssen bald finden Rachel. Wie du gesagt hast, es ist Zeit, zu starten die Suche für clues. Willkommen in meinem Domain. Wir finden was wir wollen und beat es. Max, du gehst mal an diese Füße. Rachel in the Dark Room. Over und over. Das ist es. Listen, ich habe Bilder von Rachel und Frank. Being more of an unfrienden Freund. Ich kann nicht glauben, dass sie Frank bangeht. Rachel straight up ließ meine Gesichter. Warum sie nicht sagen? Also, wer du die meisten willst zu schützen? Mein Vater, natürlich. Hallo? Nein, du nicht. Du kennst das, was es ist für dein Vater zu kommen, wenn du ein Kind bist? Seitdem er die, mein Leben ist in die Scheiße. Chloe, ich bin großartig. Wir sind großartig. Und damit geht's los. Ich denke, dass ich direkt mal auf Pause drücken werde und kurz ein bisschen was hierzu sagen möchte. Um ehrlich zu sein, vom jetzigen Standpunkt aus gefällt mir diese Episode gerade so gar nicht. Einfach weil keine Ahnung, mir gefällt das Setting nicht. Einfach weil ich hab keine Ahnung, was uns die Sachen gebracht hat, die wir in der Vergangenheit getan haben. Ich hab ewig viel über dieses Spiel gelernt und jetzt hat alles keine Bedeutung mehr, weil es komplett anders ist. Äh. Plus ich hab's letzte Episode schon gesagt, das sollte sie nicht tun. Und ich hasse es halt, wenn bei solchen Spielen, gerade wenn man meistens schon ne Wahl hat, man quasi keine Wahl hat, die einem gefällt. Naja. muss ich halt jetzt durch. Ich werd's trotzdem so gut genießen, wie es geht. Aber nur halt als kleine Verhandlung, falls ich zwischendurch mal böse Kommentare mache. ich hab keine Ahnung, vielleicht ist das alternative Realität Ding auch in 20 Minuten um. Ich weiß ja nicht, wie die Episode jetzt hier läuft. Ich vermute aber mal, dass sie auf jeden Fall zum Ende wieder alles ergeben hat. Vielleicht möchte ich auch gerade deswegen diese Episode jetzt schnell spielen, damit ich sie hinter mir hab und endlich weiter mit der eigentlichen Handlung machen kann. Keine Ahnung, ich hab die Dumfer befürchten, dass das hier quasi ne reine Fälle Episode ist. Was in sich nicht schlecht ist, aber wie gesagt, wenn mir das Setting nicht gefällt, gleich ändert sich das. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ich weiß nicht, dass du wieder mit dir geschenkst bist. Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass wir uns sind. Es war schön, dass du mir echte Buchstaben hast. Das ist mehr als meine anderen Freunde gemacht. Und du hast sogar geschrieben, auf dem coolen Parchment-Papier. So, Max. So pretentious. Aber ich liebe es zu schreiben, wie ein Englisch-Poet. Du verdienstest das beste Stationery. Wahrscheinlich besser zu schreiben, als zu besuchen. Ich meine das nicht in einer witzenden Art. Nicht total. Du wahrscheinlich wollte es zu vermeiden, wunderschöne Gespräche wie diese. Uh, ziemlich. Ja. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. I bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Hmm. 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 Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off when I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Hmm. Ich gehe mal davon aus, dass es Rachel ist. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Uh, never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. It might be, but... I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too. But I don't have much hope these days. I know things seem out of control, but... As long as we're together... I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe... I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max... Thanks for coming out to see me. You're... You're doing awesome. I don't think so. Um, my... My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word. No offense. None taken. Okay, damit wissen wir zumindest, dass es ungefähr so abgelaufen ist wie auch in unserer Timeline, was die Ereignisse der letzten Tage angeht. Nur, dass Chloe halt nicht daran beteiligt war. Ich hab die Frage, wie sieht's mit Nathan, Kate und so weiter aus. Oh, it's a pretty high-tech lair. It feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic. I know. Chloe. You're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me. I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, need to get my drink on. Can you bring me some water? Don't want to smile. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? There's the old Chloe. Whoa. Chloe can totally control her computer. It's so great, people get this high-tech help. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. Okay. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Hm, ich weiß nicht, ob das... Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Das stimmt. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. It's nice, my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. Meng. I wasn't very available to Chloe. Real nice. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. I'm still can't believe I put Chloe in that chair. Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. Oh, I guess not everything changed. No. Let's keep this answer, so... Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Okay. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Haben die hier quasi in eine Wand einmal gefertigtes Wohnzimmer gezogen? Ich glaube, ja. Ah, sorry. Ich komme sofort zu dir. Oh, Mann. Sie muss diesen Ventilator nur nutzen, um zu spüren. At least Chloe ist nicht so viel. Äh, was mir auch gerade mal so einfällt. Ich könnte ja vielleicht mal... Ah, ich habe komplett neue Sachen. Okay, ich glaube, die schaue ich mir jetzt sogar mal an. Okay. Okay, also... Mit Alisa verstehen wir uns hier nicht so gut. Hm. Okay. Dafür sind wir gut befreundet... ...mit Victoria. Ich habe quasi ihren Namen in dem Moment vergessen, wo ich ihn sagen wollte. Okay. Okay. Okay, also... Mit anderen Worten... Toll, ich habe den Namen richtig genannt. Wieso kann man mir in dem Moment falsch vorstellen? Wir sind jetzt mit den dreien befreundet. Ähm... Okay. Und hier gibt es halt nur das. Okay. Moment, stand da immer in der Ecke das Objective? Ist mir nie aufgefallen. Pupp, 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 pupp. Okay. Das heißt, wir haben nicht das gleiche Tagebuch weiterhin. Macht Sinn. Das heißt, wir haben nicht so viel gesprochen, das ganze Jahr. Hast du schon gedacht, ein Podcast oder was? Ich wünsche, ich könnte dein Gesicht jetzt aufhören. Ein Podcast? Mann, ich bin ein Pod in ein Cast. Boring. Ouch. Es war nur ein Gefühl. Was? Ich weiß, du bist nur zu helfen. Ja, das ist ein schlechtes Habit meiner Meinung nach. Du bist jetzt ein Kind. Du bist jetzt ein Kind. Es scheint, wir waren Kinder in einer anderen Welt. Was glaubst du von uns als Kinderzimmer? Wir haben alle verschiedene Erinnerungen. Ich denke, dass wir als kleine Piraten, um nach Arcadia Bay zu laufen. Ich auch. Aber wir sind schon Piraten in unserer eigenen Weise. Ja, genau. Checkt mich aus, Chloe of the Caribbean. Keine Ahnung, ich werde jetzt auf eine fucking boat. Unless du mit mir bist. Wie kannst du sehen, ich kann nicht alle meine anderen Freunde wegnehmen. Du hast mich. Ich werde dich nicht verlassen, Chloe. Du hast mich nicht viel besucht. Ich meine, ich liebe deine Karte und Fotos, aber... Ich weiß, ich war nicht viel dabei. Keine Entschuldigung, ich bin ein Loser. Aber ich versuche, ich versuche, dass es richtig ist. Wie? Du bist nicht Supermax. Und ich versuche, dass ich dich nicht zu schuldigen. Das ist was meine Eltern sind für. Sind sie okay? Ich meine... Sind sie so glücklich zusammen und alles? So jetzt bist du Dr. Bill? Ich glaube, sie sind gut. Considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. Und ich hoffe, sie werden immer noch busy. Ich denke, Joyce und William sind unglaublich. Max... Der accident hat so hart auf sie. Unsere insurance ist gut, und die Medikationen sind fucking insane. Ich glaube, diese Technologie muss sein. Die Technologie muss sehr schuldig sein. Along mit den Drugs, die Nursen, die Supplies... Mom und Dad sind immer broke, und sie sind so frustriert. Ist es wert? Chloe... You're priceless. Ah... No, was I intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Uh, I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. Here's the DVD. Was ist das für eine andere Schublade? Oh my God. I made that mix for her when we were 12. So, uh, there is a DVD player. I saw the DVD player. I do not. I was right. I don't know. I did never know. I have a zehnze. That's right, let's get that down here. Ich glaube aber fast an dieser Stelle beende ich jetzt auch gleich mal die Folge. Warte nur noch die Cutszen ab. Ich kann nicht glauben, dass du so schnell schiefst. Wie schiefst du dich? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Oops. Mm-hmm. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can't, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Okay. So. An dieser Stelle mache ich dann jetzt aber erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü